Ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise hier zu Haus. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Was soll ich tun? Pack deine Sachen. Hä, warum? Na, dann hast du was zu tun. Ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise hier zu Haus. Erst letzte Woche wisst ihr's noch in jedem Dorf und jeder Stadt, da haben wir uns getroffen in den Clubs, die man so hat. Ja, genau jetzt, wo du's sagst, wird mir sowas bewusst und heute hängen wir zu Hause und die Leute schieben Frust. Bloß warum, frag ich mich, es gibt so viele gute Sachen, die man jetzt endlich mal schaffen kann, jetzt hat man Zeit zum Machen. Ich knack den Highscore bei Tetris, baue mir ne Bruder und am Tisch, ich spiele gegen mich Schach. Oh, nicht, ich, ich, ich weiß es nicht, was soll ich machen? Weiß ich nicht. Was soll ich tun? Pack deine Sachen. Hä, warum? Na, dann hast du was zu tun. Ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise hier zu Haus. Wie gesagt, das letzte Woche ging ich täglich raus und rein, ich konnte es kaum erwarten, auf Arbeit zu sein. Ja, auch ich kann mich erinnern, ständig war ich im Büro, trank meinen Kaffee vom Computer, hach, was war ich froh. Und heute ganz betrübt bin ich bei mir daheim am Tisch, ich frä so langsam durch, was soll ich machen? Weiß ich nicht. Was soll ich tun? Oh, pack deine Sachen. Hä, warum? Na, dann hast du was zu tun. Ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise nach Corona, ich spiel die Reise hier zu Haus. Nun, was soll's, sind wir mal ehrlich, endlich haben wir, was wir wollten. Gab's doch so viele Tage, an denen wir nicht wollten, aber sollten. Und jetzt daheim mit unseren Kindern, da fällt uns schon was ein, bis dahin packen wir die Koffer aus und danach wieder ein. Wir spielen die Reise nach Corona, wir spielen die Reise nach Corona, wir spielen die Reise nach Corona, wir spielen die Reise hier zu Haus. Wir spielen die Reise nach Corona, wir spielen die Reise hier zu Haus. So, das ist es jetzt also. Das erste Musikvideo dieser Art. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst am besten ein Like drunter. Egal, ob es euch gefällt, macht's einfach. Ich danke, wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund. Und fack deine Sachen. Ich will nochmal das Lied hören.